Beton-Scherifi, Ihr Profi für Beton bohren und fräsen. Für Sie bohren und schneiden wir Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Naturstein, Keramik und Asphalt. Ob schräg oder vertikal, horizontal, aber auch über Kopf. Diese Verfahren sind besonders geeignet zur nachträglichen Herstellung von Öffnungen, ob Fenster, Balkone, Sanitäranlagen oder dem Einbau von Klimaanlagen. Die wichtigsten Vorteile des Betonbohrenfräsen zeigen sich darin, dass mit relativ wenig Aufwand ein optimales Ergebnis erreicht wird. Fräsen von passgenauen Öffnungen im Asphalt und Beton, nachträgliches Schneiden von Längs- und Querfugen für Industrie- und Gewerbebauten, auf uns ist Verlass. Beton-Scherifi, Ihre Wahl, wenn es um Beton geht. Beton-Scherifi, Ihre Wahl, wenn es um Beton geht.